Die Sendung des Lösnitzer Bergaufzuges mit dem Abschlusszeremoniell präsentieren mit einem herzlichen Glück auf vom 327. Weihnachtsmarkt die historische Bergstadt Lösnitz. Die Agrargenossenschaft Lösnitz-Stolberg-EG mit der Direktvermarktung Silberfleisch und Dachdeckermeister Harald Englert. Auch bei Balkonen und Terrassen können sie sich auf uns verlassen. Heute dabei, es sollten 250 Uniformträger und 175 Bergmusiker sein. Zwei mussten leider wegen der Wetterverhältnisse absagen, das sind die Kameraden aus Rittersgrün und aus Scheibenberg. Sicherheit geht vor und wir wünschen Ihnen von mir aus eine schöne Weihnachtszeit. Organisiert ist die Bergparade auch diesmal vom Sächsischen Landesverband der Bergmannshütten- und Knappenvereine. Und diesmal hat Bergkamerad Andreas Rössl die Ehre, die Landesstandarte zu tragen. Im Übrigen ganz vorne dran natürlich der eigene Verein, die Gastgeber, die IG Historische Erzbergbau Lösnitz, die in diesem Jahr ja auch ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben, 1992 gegründet. Danach folgte sofort das Landesbergmusikkorps Sachsen aus Schneeberg. Das ist übrigens das wichtigste Bergmusikkorps bei uns im Freistaat, das es sich nie nehmen lässt, in Lösnitz bei der Bergparade mit dabei zu sein. Auch heute unter musikalischer Leitung von Landesbergmusikdirektor Jens Britschneider. Und wenn das Landesbergmusikkorps dabei ist, dann folgt natürlich auch die Bergbrüderschaft. Schneeberg als Vertreter einer der wichtigsten früheren Bergstädte in Sachsen hat Schneeberg auch eine eigene Bergparade, immer eine Woche vor Lösnitz, also am 2. Advent. Ich möchte mich doch mal vorstellen, dass die Bergbrüderschaft bei Schneeberg mit dabei ist, die man natürlich auch immer an ihren tollen Rundstrickanzügen und der Bismutschirmütze erkennt. Die tragen die traditionelle Festkleidung der Bergleute der ehemaligen DDR, schwarze Antug, Knopfleisten auch nach Rang getrennt, also jeweils in Silber und Gold und die Schirmmützen. Ja, wir hören Sie jetzt schon, es kommen die meisten wahrscheinlich schon um die Ecke. Dann haben wir den Bergbauverein Schönborn drei Pferden. Die kommen aus dem Joe-Portal der Verein Alte Hoffnung Erbstollen e.V. nach der Wende gegründet worden. Die Bergknapp und Brüderschaft Scheibenberg haben wir von der Ferne gegrüßt. Die haben es leider nicht hier geschafft. Ich begrüße außerdem die Bergbrüderschaft Thum, den Bergmännischen Traditionsverein aus Zwönitz und das Bergmusikchor Glück auf Oelsnitz unter Leitung von Oberbergmusikmeister Thilo Nüßler in Begleitung der Knappschaft Lugau-Oelsnitz. Herzlich Willkommen auch der Bergknappschaft aus Johann-Georgenstadt zu erkennen an ihrer großen rot-schwarzen Bergfahne und die Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf. Glück auf und herzlich Willkommen. Und nachdem alle Bergbrüderschaften, Knappschaften und Vereine gemeinsam durch das weihnachtliche Lösnitz gezogen sind, beginnt nun gleich das traditionelle Abschlusszeremonial zur großen Bergparade unter dem Paradekommando von Bergmeister. Reilet! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehr geehrter Herr Bürgermeister Troll, sehr geehrter Herr Staatsminister Schmidt, sehr geehrter Herr Landrat Vogel, liebe Bergkameradinnen, liebe Bergkameraden, aber natürlich vor allem liebe Gäste und Einwohner der alten Salz- und Bergstadt Lösnitz. Wie jedes Jahr ist am 3. Advent hier auf dem stimmungsvoll geschmückten Marktplatz von Lösnitz die große Bergparade des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine aufmarschiert. Liebe Einwohner und Gäste der alten Salz- und Bergstadt Lösnitz, in keiner anderen Region wie hier bei uns im Erzgebirge wird das bergmännische Brauchtum so gepflegt. Der Bergbau kann als Motor der Industrialisierung von Sachsen, ja von ganz Deutschland, genannt werden. Und darum haben sich unsere Mitgliedsvereine natürlich der Traditionspflege unserer erzgebirgischen bergmännischen Brauchtums verpflichtet. Liebe Einwohner und Gäste, sehr verehrte Ehre und Gäste, namens des Vorstandes des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten- und Knappenvereine wünsche ich Ihnen noch einen schönen Ausklang des 3. Advents. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein besinnliches, ein friedvolles Weihnachtsfest 2017. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2018 alles Gute und vor allem Gesundheit. Bis zu einem Wiedersehen hier am 3. Advent auf dem Marktplatz von Lösnitz verbleibe ich mit einem herzlichen und aufrichtigen Glück auf! Das Weihnachtslied von Theodor Sturm Vom Himmel in die tiefsten Klüfte Ein milder Stern Herr Niederlacht Vom Tannenwalde steigen Düfte Und hauchend durch die Winterlüfte Und kerzenhelle wird die Nacht Mir ist das Herz so froh erschrocken Das ist die liebe Weihnachtszeit Ich höre fernher Kirchenglocken Mich lieblich heimatlich verlocken In Märchenstille Herrlichkeit Ein frommer Zauber hält mich wieder Anbetend, staunend muss ich stehen Es sinkt auf meine Augenlider Ein goldener Kindertraum hernieder Ich fühle es Ein Wunder ist geschehen Jede Bergstadt, die etwas auf sich hielt In früheren Zeiten Hatte ihren eigenen Bergmarsch So auch Lösnitz Und es ist Tradition, dass dieser Bergmarsch Zu den Bergparaden in der eigenen Stadt Natürlich Teil des Abschlusszeremonielles ist Der Lösnitzer Bergmarsch Ist nicht nur in Lösnitz Im Erzgebirge Sondern weit über seine Grenzen hinaus Bekannt Er ist einer der beliebtesten Einer der festlichsten Und einer der stolzesten Bergmarsche Alle Bergkapellen Werden ihn jetzt gemeinsam spielen Hier in Lösnitz Wo der Lösnitzer Bergmarsch Zuhause ist Der Lösnitzer Bergmarsch Der Lösnitzer Bergmarsch Der Lösnitzer Bergmarsch Der Lösnitzer Bergmarsch Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sehr geehrter Herr Staatsminister Schmidt, sehr geehrter Herr Landrat Vogel, liebe Lösnutzerinnen, liebe Lösnutzer, liebe Gäste. Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich heute zu unserer traditionellen Bergparade hier auf dem 327. Lösnutzer Weihnachtsmarkt. Und heute bei einem ganz besonderen Ambiente mit schneebedeckten Dächern. Lösnitz ist schon seit 1382 Bergstadt. Und heute vereinen sich auf unserem Marktplatz all die Elemente, die sich im Erzgebirge über die Jahrhunderte entwickelt haben und die insbesondere zur Weihnachtszeit, zur Tradition geworden sind. Hier vor mir sind selbstverständlich die Bergleute zur Parade aufmarschiert und stehen vor ihnen in ihrem festlichen Habit. Unsere Pyramide, unseres Lösnitzerschnittsvereines, im Übrigen des Ältesten des Erzgebirges, steht symbolisch für das traditionelle Handwerk, was sich im Erzgebirge in den Zeiten entwickelt hat, in denen der Berg nicht genügend Ertrag für alle brachte. Über all dem Regengeschehen hier auf dem Marktplatz drohend sehr ehrwürdig unsere St. Johanniskirche. Und diese erinnert an die eigentliche Botschaft des Weihnachtsfestes, an die Geburt des Christuskindes, welches den Blick, das Verständnis und auch die Liebe für den Nächsten mit auf die Welt gebracht hat. Und ich denke, daran sollten auch wir uns in dieser Zeit sehr oft erinnern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen dritten Advent, eine frohe und gesegnete Weihnacht, alles Gute für das Jahr 2018. Und bitte Herrn Staatsminister Thomas Schmidt, auch noch ein paar Worte an uns zu richten. Und ich verabschiede mich mit einem herzlichen Glück auf. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Troll, Herr Landrat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Lösnutzer, liebe Gäste aus Neuenfernau, vor allen Dingen liebe Bergmannshütten- und Knappenvereine. Es ist wieder ein traumhaft schönes Bild hier im Lösnitz auf den Markt. Überall wird die Tradition ja gepflegt, überall in Sachsen, in dem Erzgebirge gibt es die Bergaufzüge. Aber für mich ist der dritte Advent, der Abend des dritten Advents hier in Lösnitz, hier auf dem Marktplatz wirklich etwas ganz Besonderes. Und deshalb freue ich mich, dass ich nun erneut bei Ihnen sein darf. Und nun wünsche ich Ihnen einmal für den heutigen Tag noch viel Freude. Aber wir haben dieses Jahr auch die kürzeste Adventszeit überhaupt. Und so wird schon in einer Woche die heilige Nacht beginnen. Und wir werden uns wieder einmal besinnen auf das, was uns ausmacht. Ich wünsche Ihnen dafür viel Freude. Ich wünsche Ihnen oder bitte Sie, die einsamen Kranken in dieser Nacht und auch darüber hinaus, nicht zu vergessen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnacht und viel Glück und Erfolg für ein richtig gutes 2018. Meinen herzlichen Dank. Glück auf! Sächsische Bergparade zum Gebet Haupt 8! Sächsische Bergparade zum Gebet Haupt 8! Sächsische Bergparade zum Gebet Haupt 8! Ein kleines Licht begleitet uns in tiefster Dunkelheit. Ein kleines Licht erhält den Ort und gibt Geborgenheit. Ein kleines Licht weist uns den Weg wie einst der Morgenstern. Ein kleines Licht erhält das Herz. Ist auch der Tag so fern. Ein kleines Licht zeigt uns das Erz und spiegelt seine Pracht. Ein kleines Licht uns Glaube gibt, das Bergfürst drüber wacht. Ein kleines Licht bringt uns zum Tag. Nach langer Schicht herauf. Das kleine Licht vergisst es nicht. Und alle Zeit Glück auf! Die Bergkapellen werden jetzt gemeinsam den Thumer Bergmarsch von Eberhard Angerspielen. Er war 1966 übrigens der Mitbegründer der Bergkapelle Thum. Und zwei Jahre später hat er dann diesen wunderbaren Bergmarsch komponiert und zum Bergquartal der Bergbrüderschaft in Thum-Uhr aufgeführt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Glück auf, Glück auf, der Silberzweig in Bergesnacht, der blüht in unserem tiefen Schacht. Hart wie Granit ist unser Stein, doch schließt er edle Erze ein. Wer sein Gewerk im Berg verricht, der liebt sehr der Sonne Licht. Und Bergleut strahlt ein blankes Licht. Denn heute, da ist Mettenschicht. Wir brechen neue Gänge auf. Das Glöcklein klingt. Glück auf, Glück auf. Die Bergkapellen werden jetzt gemeinsam den Oelsnitzer Bergmarsch von Hermann Schröder spielen. Und damit bedanke ich mich beim Bergmannsblasorchester aus dem Chorbad Schlemer unter Leitung von Bergkamerad Sven Schremmer. Vielen Dank auch an das Bergmusikkorps. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Oelsnitz unter der Leitung von Oberbergmusikmeister Thilo Nüßler. Ich bedanke mich bei der Hüttenkapelle Öderan unter Leitung der Bergmusikmeisterin Carmen Fuchs. Und ein Dankeschön an dem Landesbergmusikkorps Sachsen aus Schneeberg unter Leitung von Landesbergmusikdirektor Jens Brettschneider. Vielen Dank auch für die musikalische Gesamtleitung. Auch gleich übrigens beim Ehrenfriedersdorfer Bergmarsch von Richard Oehme, der ja in diesem Jahr auch ein Jubiläum hat. Denn diesen Marsch hat er den Ehrenfriedersdorfer Bergleuten genau vor 90 Jahren geschickt. Naja, so genau ist das nicht. Wir müssen noch ganze sechs Tage warten bis zum 23.12.1927 war es damals bei den traditionellen Turmmetten, als dieser Marschrohr aufgeführt worden ist. Einer, der sehr, sehr einfühlsam darauf hinweist und mahnt, die Traditionen der Bergleute mit Stolz zu pflegen. Ihnen und euch allen damit ein gesegnetes Weihnachtsfest, noch eine schöne restliche Adventszeit bis zum Heiligabend und Glück auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Sächsische Bergparade. Achtung! Links um. Im Gleichschritt. Marsch! Das war's. 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 Das war's.